Was? Was hast du gesagt? Bist n kackfugel Mit Stress oder was? Eeeh Ja Genau das denk ich mir immer auch bei dir Eeeh Ohhhh Wie haben wir mal so wieder draufgekriegt? Da denkt man sich bei dir ja Und ich bin voll der friedlich netteste mensch der welt Eeeh Und was machst du so? Juh Ja, wer ist sonst? Der Papst? Deine Oma. Nee, meine Oma nicht. Deine Oma ist nicht friedfertig? Nein. Ist der Papst friedfertig? Ich muss dir noch mal was erzählen, das kann ich jetzt nicht erzählen. Doch. Nein. Doch. Sagen wir, ich bin ein Nazi. Ja? Ja, wenn ich dir das erzähle, sagst du das auch. Und du hörst auf andere, was andere sagen? Ist doch okay, ich erzähle das. Meine Mom so gestern, ne? Du musst dann morgen in die Kirche gehen, also heute. Das hast du mir schon erzählt. Ja? Ja. Wirklich? Ach ja, stimmt. Ja. Trottel. Ich vergesse das schnell. Bieren haben wir, ne? Bieren haben wir, ja. Okay. Ich bin ja jetzt nicht unterwegs gegangen, oder so, ne? Nein. Nein, nein. Ich bin ein Na... Ich... Flash ist schon wieder geflüchtet. Von was denn? Von welcher Arbeit? Ich lasse dir nur Baustellen zurück, okay? Hm, ich merke schon. Ich kann es doch fertig machen. Hm, ich. Nein, sonst wird es langweilig. Nein, das kannst du selber fertig machen. Was? Nicht was? Da ist doch... Hallo, da ist doch fast alles fertig. Mein Gott, das Dach... Da musst du dem Bauarbeiter wieder anrufen, dass der Dachdecker kommt und die Ziegel einsetzt. Aber leider geht das momentan nicht. Telefon ist kaputt. Ziegeln können nicht bestellt werden, weil es kein Material gibt. Und du bist behindert. Ja, da geht die Arbeit nicht voran. Keine Ziegel, kein Dach. Das Gerüst steht doch schon, siehst du schon. Latten sind schon dran. Ja. Ah, Schkeige. Latten sind schon dran. Du bist noch, Schkeige. Ich weiß nicht, wo das Problem ist dann. Mööö. Ich mag das Wasser, wenn ihr so früh rauswächst. Ja, gut. Ähm. La, la, la. La, 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 la. La, la, la. Stralala und Lululu. Ultra, trralala. Ein Hummingbird-Busch. Trotzdem, wie gut die Felder wachsen. Ist doch normal. Ja, ich will keine Bananenbäume. Vielleicht bin ich aber in Spruce Woodding. Firewood sieht scheiße aus. Das habe ich vorher schon mal geguckt. Ja, so scheiße wie du, ne? Oh nein, ich sehe schon wieder eine Schlucht. Geht so viele Schluchten hier. Ach, Quatsch. Uah, Motion Blue. Bye. Hösslich. Motion Blue ist scheiße. Nein, es blindert nur. Motion Blue ist scheiße. Nur weil es bei dir nicht funktioniert? Ah. Klar funktioniert das. Besser als Zai, irgendwie. Ja, warum machst du es nicht rein? Weil ich kein Motion Blue mag. Warum magst du das nicht? Was ist denn? Der macht doch nur ein bisschen das Licht ein bisschen geiler. Man verzieht ganz schön, wenn du dich drehst. Ja, das ist normal. Das ist ekelhaft. Nur, weil du das nicht abkannst. Nee, nee, Ente. Nee. Mach, mach. Mach, mach. Da gibt es ja auch Enten. Hä? Ja, hier ist eine kleine Ente. Ja, es gibt es ja auch Enten. Ente, du musst sterben. Tut mir leid. Achso, ich habe kein Bett mitgenommen, ne? War mir schon klar. Weil du eine Pfeife bist. Ja, die Kisten wackeln gerade. Das ist klar, du ist ein Schader. Du bist behindert. Skrups. Spruce Wood! Spruce Wood! Irgendwas war ein Fick. Du bist da. Du bist da. Das ist bestimmt dir, ne? Lillio Valley. Das müssen wir mitnehmen, Spruce Wood. Du bist behindert. Ich bin definitiv Spruce Wood. Du bist behindert. Nein. Das brauchen wir nicht mehr. Genau weg. Ich habe gleich mal alle Felder geerntet. Moment. Wenn du jetzt der Schader da hinten nimmst, oder ist ein riesen Loch? Losen Schaden, das ist alles. Nee. Oh, jetzt haben wir Akserkopf. Ich habe Angst, dass es gleich zur Spur macht. Aua. Oh, ich weiß, warum jetzt so leuchtet. Hier ist Lava. Hallo, ciao Lava. Ja. Aua. Aua. Na, hat sie. Aua. Ich muss mich irgendwie verstecken. Oh nein. Tipp, tipp. Geh weg, Creeper. Wir haben viel zu viel Essen, ne? Ja. Ich war das nicht. Ich schwöre. Okay, wir können schlafen. Ich bin wieder zu Hause. Ich habe nur geträumt, als wäre ich unterwegs gewesen. Ja, ja. Alles klar. Ich komme wieder. Ja, ja. Ich mach's gut mal. Ich muss mein Saatgut retten. Hi, Creeper. Ciao, Creeper. Bis später, Creeper. Hi, Skelett. Ciao, Skelett. Jo, noch ein Begrüßungsfall, ne? Oh, das ist doch eins. Ah, ah. Okay. Ah. Böse Dornbüsche. Oh, aber böse Dornbüsche. Oh. Mit dem, mit dem. Mit dem, mit dem, mit dem. Zack. Ich hatte Spruce-Setzlinge mit. Aha. Spruce-Wut. Okay. Max Spruce-Wut. Pikachu, los. Donnerblitz. Ich hab jetzt nichts gehört, hast du irgendwas gehört? Komm mir hier auch. Das war nur mein Pikachu. Hm. Es hat votierige Sprache benutzt. Röpster. Aha. Genau. Du bist so gestört. Hä? Warum das denn jetzt auf einmal? Versteh dich nicht. Ey, da musst du mir einer die Welt erklären. Weißt du, erst ist das ein bisschen bescheuert. Fällt auch nichts besser sein, ne? Ich bin ein friedwärtigster, netter Mensch. Warum lachst du denn immer? Warum? Ich bin wirklich nett. Nett. Du vorkommst. Ja gut, bei dir jetzt. Ja, mein Gott. Wir wissen alle, dass du einen Schaden hast. Eine Kartoffel haben wir, ne? Ja. Haben wir Radieschen und Rettich? Oder Rüben? Okay, den müssen wir nehmen. Wollte ich gerade essen. Ich hab grad gefragt. Ja. Ich find unterwegs immer neue Sachen. Kannst du einstellen, dass es schon wieder dunkel wird? Spiel, ich muss langsam mein Grab finden. Ich hab nur noch zweieinhalb Keulen. Komm schon, Spiel. Wo ist mein Grab? Man nimmt ja auch kein S mit. Nein. Ich hatte S mit, aber ich wurde also zu viel Damage bekommen und da hat der Creeper-Bogen gemacht. Nein, ich mein dir jetzt nochmal, bevor du eben losgelaufen bist. Ja doch, ich hab unterwegs ein paar Gartendinger gefunden. Ein paar Gartenpflanzen. Ja, aber das ist nicht mitnehmen. Das ist einfach nur was gefunden. Toll. Ja. Knalltüte. Okay. Okay, jetzt wollen wir die Stelle nochmal kaputt machen. Oh, die haben wir glaube ich noch nicht, aber Bellpepper haben wir. Und Bohnen haben wir. Haben wir, haben wir Okra? Okra? Ja, das Gurke. Okra. Okra. Ich glaub ja, im Moment. Ich weiß, wie die hier aussieht. So ein grüner Stängel? Haben wir gar nicht. Mit links weiß und drei Punkten drin. Ne, ne, haben wir nicht. Ok. Aber die kann ich auch essen als Bellpepper. Okra, hier zweimal. Als ob der gegrußet hat. Fick dich. Fick dich. Ich. Ne. Du mobst mich. Ich mobb dich. Warum bekomm ich Wehsinn? Wo sind die Pfanne gibt's ja auch. Hm? Hier ist ja der. Der Schweinehund explodiert. Ne, sag nicht, meine Sachen sind weg. Eigentlich nicht. Sag nicht, wegen dem Kümmer sind meine Sachen weg, doch. Oder der hat das. Na doch, dann hat er wie bei mir das Grab mit in die Luft gejagt. Nicht sein Ernst, oder? Ähm. Da war ein Rucksack drin, ne? Mhm. Ne, Rucksack, ne? Mhm. Da waren die Dias drin. Und zwei Stacks Eisen. Hast du echt die Dias da drin gelassen? Na sicher! Du bist so voll fast, ne? Ich hab doch gesagt, dass die keiner nehmen kann. Haben wir die mit? Ja. Ist klar. Ich hätte die eh nicht genommen. Was sollte ich denn damit? Ich habe das nicht gemacht. Oh, Kack- Kack-Creeper. Weswegen habe ich doch letztens meine Sachen auch nicht gehabt. Aber letztens wurde der Creeper-Explodation eingeschoben und jetzt nichts passiert. Hm. Oh, hab ich wenigstens einen Spoo-Sappling, ja. Die Spoo-Sappling habe ich wenigstens. Okay, jetzt komme ich wieder zurück. Mann, jetzt muss ich mir alles wieder neu auffangen. Kacka. Du bist Kacka, ja, das stimmt. Ja, mein Gott, waren nur zehn Diamanten. Nur vor allem, ne? Und der Idiot nimmt das mit. Ja, komm, es waren auch noch zwei Sex Eis. Ja, klar. Zwei komplette Äxte noch. Ja, du mich auch. Zwei Rucksäcke. Ich glaube auch so drei Sex Kohle waren es bestimmt auch noch. Ja, du mich auch, sage ich, ja. Anstatt alles in den Kisten zu lassen. Nein. Nein, hallo? Vertraue nur dir selbst und deinem Totengrab. Aber ich schmeiße auch alles da rein. Ja, mein Gott. Möchtest du riskieren, dass dein Hab und Gut geklaut wird? Dein Hab und Gut. Und missbraucht wird? Dein Hab und Gut. Ja, die schönsten Dias. Egal. Geh wieder Eisen sammeln. Ich hab glaube ich nicht mal Eisen gebrannt. Nein. Egal, mein Gott. Letzte Minecraft. Da hast du einmal Kraft vom Creeper bekommen, dann musst du alles sagen. Meins. Ist klar. Das ist das Wort Minecraft. Ah, Dorbüsche. Aua. Aber ein gutes hat es, ne? Wir haben noch genug Essen. Ach nee, das waren wir generell verarscht. Geil. Mein Gott. Aber diese 10 Dias, ne? Die machen den Kohle jetzt auch nicht fett. Klar. Hätte ich noch zwei mehr gehabt, hätte ich eine Curvy gehabt. Aber ich hätte mich in den Arsch gebrannt, bis ich die Curvy mitgehabt. Ja, vor allem die Curvy schon machen, hallo. Warum nicht? Ja, anders. Hattel, jetzt überleg mir, ich hätte jetzt Curvy am Laufen gehabt. Der hätte wieder Eisen gehabt. Also jetzt muss ich wieder in die Mine gehen und mir Eisen suchen, wenn man die Werkzeuge hat. Frecher von diesem Spiel. Du bist bescheuert, ja. Dann macht der Creeper einfach mein Grab kaputt. Ist der denn bedeppert? Der hat er auch bei mir gemacht. War auch kein Grab da. Einmal macht das, einmal macht das. Egal. Mein Gott. Wie gesagt, die 10 Dias macht den Kult jetzt auch nicht fett. Doch. Nein. Sagt der, die sie nicht gefunden hat. Trotzdem. Trotzdem, alledem, sind die Creepers die Bösen, nicht ich. Er hat zisch gemacht. Er hat mich provoziert. Ja, das ist deine Schuld. Oh, Schluss. Was meine Schuld? Ja, deine Schuld. Gut, ich hätte den einen Rucksack zu Hause lassen können, ne. Oh mein Gott. Wie gesagt, die 10 Dias und zwei Sticks Eisenach. Wer hat das nicht gefunden, ne. Ich werde das mal zurückfinden. Oh, weißt du, was da noch fehlt? Ne, erzähl's nicht. Ne, ne. Ne, ne. Was fehlt? Steckkisten. Hm. 24 von den Stoultches die schon gecraftet hat. Vor allem alles bei sich verhalten, ja ne ist klar. Wann tut das denn nicht weg, wenn man losläuft? Ich dachte es passiert nichts. Aber der Creeper hat mich provoziert. Ach so, das ist Minecraft. Da passiert nichts, nein. Ja der Creeper, warum provoziert der mich auch? Er hat gesagt, face in face mit dem Creeper, den muss ich töten. Äh. Äh, warum muss ich irgendwie nochmal zurück? Ich bin voll verwirrt, wenn ich in die Schnauze komme. Ah, Berge. 926, 977. Äh. Oh. 926, 977? Mhm. Oh. Okay, dann muss ich in die Richtung. Irgendwo da. Ah, jetzt weiß ich, wo ich bin. La, 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 la. Ach, das Bus wird die Dinger hier sitzen. Zack. Guck mal. Vertrautes Heim, Glück allein, keine Dias in die Tasche rein. Mhm. Ah, ist das herrlich. Alter Kackfugel, echt. Ach mein Gott. So schlimm ist das auch nicht. Hi. Nein, überhaupt nicht. Guck mal, ich hab was für dich. Guck mal, ich bring dir sogar was mit. Da, hast du das zum anbauen, hier. Ich weiß, du hast mir das doch nicht zugeschickt. Du hast das doch in die Kisten rein, ne? Ne, dann muss ich das ja haben. Muss ich das ja einsortieren. Äh, Kartoffeln? Oder was? Da war ein Kartoffeln drin. Mais. Mais, Mais, Mais. Cornflakes und Milch. Cornflakes und Milch. Wechippel heute. Ich mach mal Butter. Ja. Was machst du da jetzt, kannst du halt tun? Äh, gucken wir mal, was ich essen machen kann. Ich hab Hunger. Kasten, nur Kisten haben wieder geschwabbelt. Leg dich jetzt mal ins Bett. Warte. Sonst passiert das wieder mit zu schwimmen. Ach, zu schwimmen. Mein Gott, dann sind die Kisten. Wo ist denn das Problem? Ja, ist klar. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wo dein Problem ist. Du hast einen Knall ab an Gewaltigen. Ach, Quatsch. Hey, wir kommen mir grad die Zeit viel länger vor. Warum? Welche Zeit? Aufnahmen wir jetzt. Häh? Dabei sind es gleich jetzt 20 Minuten. Ja, so. Ja, 40 Minuten meine ich. Vielen Dank. So